Hi, ihr wolltet wissen, was Fisten ist. Und also Fisten, was das ist, das ist ganz eindeutig Porno-Wissen. Das heißt, wenn irgendwer euch was von Fisting oder Feisting teilweise ausgesprochen oder Fisten erzählt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Person in irgendeiner Weise Porno-Erfahrung, also meistens Pornoschau-Erfahrung hat. Fisten ist ein anderes Wort für Fausten, also eine Faust irgendwo reinstecken. Das ist eine Sexualpraktik, die also tatsächlich in Pornos relativ häufig gezeigt wird, die viele Menschen, die jetzt in der Realität Sex haben, aber gar nicht so geil finden. Aber wenn jetzt zwei Menschen zusammenkommen würden und sagen würden, wir können uns das super gut vorstellen, dass du mir die Faust irgendwo reinsteckst, dann können diese beiden das auch in der Realität dann zusammen machen. So, und Fisten, also meistens wird eben in ein Poloch oder in eine Scheide gefistet, ja. Also es wird halt mit einer Faust, ihr könnt euch das dann vorstellen, da steckt eine Faust in der Scheide drin oder im Po drin, ja. So, und ja, wenn ihr das gut findet, also wenn da zwei Menschen sagen, oh ja, Fisten, dann könnt ihr das gerne tun. Und ansonsten könnt ihr es abschreiben als, jo, Porno, Wissen, weiß ich jetzt, was das ist. Und dann könnt ihr für euch entscheiden, na, wie finde ich das denn.